Was ist dein Lieblingshaustier? Ein Hund. Wie heißt dein Haustier? Ronja. Wie alt ist dein Haustier? Fünf. Hat dein Haustier eine Besonderheit? Es hat sehr klüpfige Augen. Ja. Wie heißt dein Haustier? Ja. Also ich habe zwei und sie heißen Trixie und Lola. Nein, nicht Trixie und Lola, Penny und Lola. Was ist dein Lieblingshaustier? Weißt du von die, die ich habe? Nein, ganz. Okay, am liebsten mag ich Jaguar. Wie alt ist dein Haustier? Mein Haustier ist zwei Jahre. Beide? Eins ist zwei und eins ist ein Jahr. Okay. Was für eine Besonderheit hat dein Haustier? Es sieht aus wie ein Playmobil-Märschwein. Welche Haustier hättest du gern? Eine Katze. Was ist dein Lieblingshaustier? Hund. Wie soll dein Haustier heißen, wenn du eins hättest? Jackie. Welche Besonderheit hättest du denn dein Haustier? Keine. Ja. Welches Haustier hättest du? Eine Katze. Was ist dein Lieblingshaustier? Eine Katze. Wie heißt dein Haustier? Lilly. Wie alt ist dein Haustier? Sieben. Hat dein Haustier eine Besonderheit? Sie ist niedlich. Danke. Danke. Biehn! Schöne! Schöne! Schöne!